Wenn die Welt vegan wird, hat das laut vieler Menschen zwar zur Folge, dass unsere Nutztiere aussterben, paradoxerweise wissen wir dann angeblich aber trotzdem nicht wohin mit den ganzen Nutztieren, die wir dann nicht mehr essen. Die stehen dann überall rum, vermehren sich ungebremst oder überrennen uns. Und dass plötzlich alle Menschen vegan werden ist übrigens ein Szenario, das oft zusammen mit dem Argument gebracht wird, dass Veganismus Unsinn ist, weil sowieso niemals alle Menschen vegan werden. Es ist natürlich ein völlig illusorisches Fantasieszenario, dass spontan über Nacht die Welt vegan wird. Man argumentiert hier mit einer hypothetischen Situation, die so niemals eintreten wird. Dass die gigantische weltweite Menge aller Nutztiere uns nicht überrennt, liegt nicht daran, dass wir sie zufällig genauso schnell essen, wie sie sich vermehren. Diese Tiere werden durch den Menschen überhaupt erst künstlich vermehrt und gezüchtet und würden sonst nie in so einer Menge existieren. Auf jeden Menschen kommen beispielsweise acht Hühner. Wenn wir keine Tiere mehr essen, dann wird die Nachfrage wegbrechen und es werden keine mehr produziert, aber das wird niemals schlagartig passieren, sondern graduell und die Nachfrage würde damit langsam sinken. Und dementsprechend würden auch die Produktionen zurückgefahren. Die Produktion bei sinkender Nachfrage weiter konstant zu halten, wäre marktwirtschaftlicher Irrsinn. Auf Dauer kann sich niemand leisten, etwas zu produzieren, was niemand haben will. Also Blödsinn vielleicht. Bei Wildtieren haben wir hingegen vielmehr das Problem, dass viele durch Jagd und Fangen von der Ausrottung bedroht sind. Wenn wir damit aufhören würden, könnten sich diese Bestände erholen. Wenn wir aber den unwahrscheinlichen Fall annehmen, dass die Veganisierung vielleicht doch so schnell gehen würde, dass Viehwirte mehr Tiere haben, als man ihnen abkaufen will, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, sich um diese zu kümmern. Wenn wir wirklich so gut sind und es schaffen, von einem Tag auf den anderen alle Tiere auf der Welt zu befreien, dann wäre die Versorgung der Nutztiere im Vergleich dazu wahrscheinlich nur noch eine Kleinigkeit. Zumindest ist so etwas deutlich realistischer. Es gibt bereits heute schon Gnaden und Lebenshöfe, auf denen ehemalige Nutztiere den Rest ihres natürlichen Lebens verbringen können. Und da in diesem Szenario ja alle Menschen aus irgendeinem Grund vegan sind, haben wohl auch viele dieser Menschen das Bedürfnis, Tieren zu helfen. Aber wenn wir im Widerspruch dazu trotzdem mal den schlimmsten Fall annehmen, in dem sich um manche Tiere tatsächlich niemand kümmern kann oder will, es wäre so ziemlich das erste Mal, dass Menschen davor zurückschrecken, lästige Tiere einfach zu töten oder zu essen. Und auch wenn das natürlich tragisch wäre und verhindert werden sollte, ist das doch nichts anderes, als das, was sie ohnehin erwartet hätte. Nur, dass nachfolgende Generationen der Tiere diesem ewigen Kreislauf aus Produktion und Vernichtung durch den Menschen dann nicht mehr unterworfen wären. Aber es ist in Anbetracht der überwältigenden ökologischen Probleme, die mit der Beibehaltung dieses katastrophalen Systems einhergehen, schon eine äußerst seltsame Prioritätensetzung, wenn man sich, ohne es überhaupt nur ansatzweise versucht zu haben, auf solche vergleichsweise trivialen, möglichen und oftmals sogar unrealistischen und widersprüchlichen Herausforderungen beim Beenden dieses Systems versteift, um dieses System stattdessen auf unbestimmte Zeit weiterlaufen zu lassen. Diese kaum vorstellbare Menge an Nutztieren gibt es nicht, weil Veganer fordern, dass man aufhört Tiere auszubeuten, sondern weil wir Tierprodukte konsumieren wollen, werden diese Mengen überhaupt erst gezüchtet und beibehalten. Und jetzt versuchen wir diese Menge als Grund vorzuschieben, dass wir nicht damit aufhören können. Man versucht also, Kritikern von Tierausbeutung ein hypothetisches, bedrohliches und problematisches Zukunftsszenario vorzuwerfen, welches man mit der Tierausbeutung selbst schon lange real verursacht hat. Aber für manche Menschen sind auch Sündenböcke Nutztiere. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.